Das Wort Böse verwenden wir sehr oft, aber wirklich darüber sprechen? Das tun wir so gut wie nie. Was ist das eigentlich, Böse? Wenn wir jemanden Betrüger, Mörder oder Psychopath nennen, steht für uns schon fest, bevor wir überhaupt versuchen, die Person zu verstehen, dass sie eigentlich überhaupt keine Person ist, sondern eine Art Monster. Ein Monster, dem wir keine Empathie schulden, weil es kein Verständnis, keine Rettung für diese Person geben kann, weil sie böse ist. Es wird Zeit, dass wir das Böse genauer analysieren. Unsere Reaktion auf Abweichendes sagt nämlich möglicherweise weniger über andere und dafür mehr über uns selbst aus. 1881 schrieb der Philosoph Friedrich Nietzsche, Böse denken heißt böse machen. Er führte aus, dass das Böse eine subjektive Erfahrung ist. Wenn wir einen Schritt weiter gehen und uns die Wissenschaft des Bösen ansehen, erkennen wir, dass die Neigung, auf dem vieles basiert, was wir Böse nennen, eigentlich recht gewöhnlich sind. Von der Neurowissenschaft wissen wir, dass Sadismus in unserem Gehirn angelegt ist. Von der Evolutionspsychologie, dass es manchmal das Wichtige ist, jemanden zu töten. Und von der Verhaltensökonomie, dass Geld unsere Moral verändert. Entdecken Sie die Wissenschaft ihrer Realität gewordenen Albträume, damit Sie diejenigen besser verstehen, die Sie als böse bezeichnen, aber auch, um Ihre eigenen dunklen Seiten kennenzulernen. Ich möchte Ihnen dabei helfen, Empathie für das Böse aufzubringen. Ich möchte Sie mit Ihnen aufbauen!